Wir vernetzen die Region. Unter diesem Leitspruch arbeiten wir als Stadtwerke Jena Netze tagtäglich daran, den Menschen zuverlässig Strom, Gas, Wärme und Wasser zu liefern und Abwasser zu entsorgen. 24 Stunden täglich an 365 Tagen sind wir dafür im Einsatz. Und wir kommen in Thüringen sehr, sehr weit herum. Denn unser Netzgebiet reicht weit über die Grenzen von Jena hinaus, bis ins Saale-Holzland-Kreis, ins Weimarer Land, bis Dornburg, Hamburg, Hermsdorf und nach Pösnick. Was wir hier sehen, ist ein wunderschönes Land, in dem in den letzten Jahren sehr, sehr viel entstanden ist. Darauf können wir sehr, sehr stolz sein. Aber auch in den nächsten Jahren stehen wir vor vielen Herausforderungen, die es gilt zu meistern. Wir als Stadtwerke Jena Netze machen unsere Stromnetze fit für die Energiewende. Wir wollen unsere Wärmenetze weiter ausbauen. Wir wollen unser Gasnetz fit für den Transport von Wasserstoff machen. Und wir wollen unsere Fernwärme zukünftig aus erneuerbaren Energien erzeugen. Auch die Wasserversorgung passen wir an den Klimawandel an. Wir werden unsere Abwässer weiter reinigen, um so unseren Beitrag zum Gewässerschutz zu leisten. Für all diese Aufgaben braucht es die glücksten Köpfe und die engagiertesten Mitarbeiter. Und da ist es völlig egal, woher jemand kommt, welche Hautfarbe er hat oder welche Sprache er spricht. Wer uns hier unterstützen will, ist bei uns willkommen. Und dafür unterstützen wir die Initiative Weltoffenes Thüringen.